Für Multicopterpiloten, die ein modernes, hochwertig ausgestattetes Modell suchen, ist der Align M480L von Robbe ideal geeignet. Erhältlich ist das Modell in einer reichhaltig ausgestatteten Superkombo. So besteht der Frame aus CFK-Teilen. Zahlreiche Komponenten, beispielsweise das elektrische, schwenkbare Landegestell oder die mit kraftvollen Braschlasmotoren ausgerüsteten Antriebsausleger, sind ab Werk weitgehend vormontiert und verkürzen die Montagezeit wesentlich. Das Zusammenfügen der Teile erklärt die mitgelieferte deutschsprachige Anleitung bis ins Detail. Die Qualität der von allein verwendeten Komponenten ist sehr hoch und über jeden Zweifel erhaben. Zum Betrieb des M480L ist ein 6S-Libro erforderlich, der auf einer speziellen Akkuschiene zu befestigen ist. Im Testmodell kommt ein Akku von Stephans Liboshop zum Einsatz. Ideal ist die 930g wiegende Variante mit 5800mAh Kapazität. Ist der Akku komplett eingeschoben und der Stromkontakt hergestellt, muss die hintere Akkuklappe geschlossen werden und einrasten. Zum Transport sind die Klappluftschrauben mit Schaumgummipolster im Ausleger arretiert. Zum Steuern kommt eine T10J von Futaba zum Einsatz. Im Modell ist ein SBUS-2-Empfänger platziert. Der Powerknopf ist gedrückt zu halten, bis alle vier LED leuchten. Den Kopter unbedingt erst an der Startstelle aktivieren, damit er sich mit geeigneten GPS-Daten initialisiert. Sobald die Status-LED statt abwechselnd grün-rot nur noch grün blinken, hat das GPS-System ausreichend Satelliten zur Nutzung aller Kopter-Features erfasst. Der allein M480L weiß sich zwar gegen starken Wind und kräftige Böen zu behaupten, trotzdem ist zu erkennen, dass für Kameraflüge ein Brushless Gimbal unabdingbar ist, wenn man unverwackelte Aufnahmen erzielen möchte. Tage später, bei Windstille, darf der Multicopter beweisen, wie ruhig und stabil ihr eigentlich fliegen und schweben können. Um das Modell den betriebsbedingten sowie den persönlichen Anforderungen entsprechend einzustellen, lässt sich die eingebaute Flight Control mit Namen APSM am PC programmieren. Mit dem optionalen Bluetooth-Modul können diese Eingaben auch über ein Android-Smartphone oder iPhone erfolgen. Beispielsweise, um die Empfindlichkeitswerte der Kreisefunktion direkt auf dem Flugplatz den eigenen Steuerbedürfnissen anzupassen. Eine Besonderheit des M480L sind die schwenkbaren Landekurven. Verbaut wurden robuste elektrische Einziehfahrwerksmechaniken. Aktivieren lassen sie sich über einen Zwei-Stufen-Schalter am Sender. Ideal ist dieses Feature für Kameraflüge, da hier kein Landegestell mehr ins Bild ragt. Und ein optischer Hingucker ist die Funktion obendrein. Sie verändert maßgeblich das Erscheinungsbild und lässt den M480L rasanter, sportlicher erscheinen. Der Quattrocopter verfügt über reichlich Leistung, um beispielsweise eine professionelle und damit schwere Video- oder Fotokamera zu tragen. Die sehr gute Steuerbarkeit des Alleinkopters ist fantastisch. 15 Minuten Flugzeit sind sehr gut möglich. Vor dem Landen Kurven ausfahren und langsam aufsetzen. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020